Herzlich willkommen zu unserem CanDocs LiveTracker Vitalfunktionen-Anwender-Video. In diesem Video erfahren Sie, wie Sie mit Ihrem CanDocs LiveTracker indikative Vitalwerte herausfinden und verwalten und Sie erhalten nützliche Tipps zur Handhabung. Informationen zu den Basisfunktionen wie Einschalten, Sprache auswählen etc. finden Sie im entsprechenden Anwender-Video CanDocs LiveTracker Basics. Los geht's! Wichtiger Hinweis! Diese Uhr ist kein medizinisches Gerät und dient nicht der Diagnose, Behandlung, Heilung oder Vorbeugung von Krankheiten. Wenden Sie sich an Ihren medizinischen Betreuer oder Arzt, wenn Sie vermuten, dass Sie ein medizinisches Problem haben. CanDocs LiveTracker liefert lediglich Richtwerte zu Vitalfunktionen. Temperatur Hier können Sie einen Richtwert Ihrer Körpertemperatur messen. Drücken Sie dazu den blauen Startbutton, um die Messung zu starten. Sobald sie abgeschlossen ist, vibriert die Uhr und im blauen Button wird Fertig angezeigt. Der indikative Temperaturwert Ihres Handgelenks, oberer Wert, sowie Ihrer Gesamtkörpertemperatur, der untere Wert, werden angezeigt. Herzfrequenz HF liefert Richtwerte zur Herzfunktion, Herzfrequenz. Es werden die BPM, Beats per Minute, also die Pulsschläge pro Minute, angezeigt. Schlaf Liefert Richtwerte über Ihren Schlaf, geschlafene Stunden, Dauer, Tiefschlaf, Dauer, leichter Schlaf. Blutdruck BD liefert Richtwerte über Ihren Blutdruck. Sauerstoffsättigung SPO2 liefert Richtwerte über den Sauerstoffgehalt. Wichtiger Hinweis! Diese Uhr ist kein medizinisches Gerät und dient nicht der Diagnose, Behandlung, Heilung oder Vorbeugung von Krankheiten. Wenden Sie sich an Ihren medizinischen Betreuer oder Arzt, wenn Sie vermuten, dass Sie ein medizinisches Problem haben. KENDOX LiveTracker liefert lediglich Richtwerte zu Vitalfunktionen. Zurückkehren zum Ziffernblatt Um aus einer Funktion zum Ziffernblatt zurückzukehren, drücken Sie den seitlichen Knopf an der Uhr. Verwalten in der App Auf dem Home-Bildschirm haben Sie eine Übersicht über Ihre indikativen Vitalwerte und Aufzeichnungen. Wichtig! Die Uhr muss am ausgewählten Handgelenk getragen werden. Sie können auch mit Alles auf einen Klick messen bzw. Gesundheitsmessung alle Vitalwerte gleichzeitig abfragen. Mehr Informationen zu den Basics, zum Einrichten und Verbinden der App und der Uhr, zu Telefon und Kontakten sowie zu den Fitnessfunktionen finden Sie im jeweils entsprechenden Anwendervideo. Sollten Sie bei der Anwendung Schwierigkeiten oder Fragen haben, kontaktieren Sie uns bitte telefonisch unter 0800 376 3606 oder senden Sie eine E-Mail an kundendienst-at-mediashop-tv. Falls Sie das Produkt noch nicht erworben haben, finden Sie unterhalb des Videos den Link, der direkt zu KENDOX LiveTracker führt. Und nun wünschen wir Ihnen viel Erfolg mit KENDOX LiveTracker und hoffen, unser Anwendervideo war Ihnen eine Hilfe. Ihr Mediashop-Team